Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, Go, Go! Konnichiwa, Ninjas da draußen! Heute wieder zu einer Folge Overcooked zusammen mit dem Chefkoch Fresh Fries und meine Wenigkeit, MG muss mit! Und wir sind mal wieder ein paar Jahre fortgeschritten wahrscheinlich. Guck mal, was erzählt. Wie, mein... 2002! Nur drei Jahre? Geht ihr direkt? Im Westen gibt's Gerüchte. Verbotene Reich! Dunkel und geheimnisvoll! Oh Gott, ich ahne, schlimm ist. Okay. Ahne, wirklich, schlimm ist. Dann fahren wir mal hoch hier. Mitten im Wald, ne? Mitten im Wald! Oh. Sieht ziemlich dunkel aus. Ja, es wird, glaube ich, dunkel. Also, und 200 Punkte brauchen wir. Pizza! Käse, Tomaten, Teig. Und Teig. Teig müssen wir rollen. Guckt man das auch aus, mit Schneidebrett? Glaube ja, ich weiß es aber. Okay, gut zu wissen. So, wo ist das Zeug? Äh... Joa, gib mal her. Eine Pizza mit allem. Äh... Dann noch Käse, ne? Ja, Käse muss noch. Ja, genau das Zeichen von links. Teig schon mal, genau. Die Pizza dauert lang. Die ist eigentlich auch. Jetzt hätte ich es gewusst. Das muss eigentlich immer und das und das. Mit dem Teller. Ja, mit dem Teller ging es nicht raus. Muss ich einmal mal sagen. Äh... Okay, ne Wurstpizza. Käse hab ich mal gemacht. Ah, jetzt wechselt es. So, mach den Käse fertig. Fertig, auch ne Wurstpizza. Wir müssen sogar, äh, äh, abspülen. So, wir... Wurstpizza wird gemacht. Martin, kurz schneiden wir. Ja, ich bring dir noch einen Teller. Wir haben dann, äh, ne Margarita. Ein sauberer. So, hau her. Aber erst mal, also, die Tomaten so können nicht rein. Ja, der Teich muss man nicht. So, einen Pilzpizza. Ah, du bist rübergekommen. Ich geh rüber. Ja, okay. Äh... Käse. Der, der geht nicht. Ja. Pilzebräutung. Pilze, Pilze, Pilze. Pilze, Pilze. Teig. Ich bin halt auch holen. Ich bin am Dienstag. Tomaten. Tomaten. Käse. Pilze ist fertig. Und Wurst, 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 Wurst. Teller. Hier. So, Teig. Tomade. Mann. Tomate und Käse. Käse, Käse, Käse. Geht Teller spülen? Okay. Bin drüben. Wow. War noch viel. Ich spür noch mal die Teller hier fertig. Sonst schaff noch mal alles Zeug rein. Ja. Ich stapel die hier hin. Äh, alles. Ja. So, Teig. Tomate. Käse. Äh, und Pilze. Oh, einmal noch Teig. Waff mal, glaube ich nicht. Jetzt schon ein. Komm direkt hier oben hin. Ja. Dass du den Teller gleich direkt annehmen kannst. Nein. Ja, schade. Ha, 208. Wie viel waren es? 300 oder so. Nee, 200 war es nicht. Oh, passt. Alter. Ja, was für ein Ding. Uiuiui. Wird halt lustig, wenn wir alle Gerichte auf einmal machen müssen. Dann wird zahlen. Ja, 110 Punkte. Das hört sich ja moderat an. 110 Punkte. Hier ist aber auch dunkel wie Sau. Was brauchen wir? 110 Punkte. Da Pilze. Wo sind's? Hier? Nee, hier ist das andere. Hopp. Nein, der Brett. Ah, Pilze. Wo ist das Schneidebrett? Ah. Au. Ah, ich hab... Ne Tomate. Du willst es aber ein bisschen mit deinen Tomaten. Hä? Ich hab doch einen Pilz genommen eigentlich. Sag mal, ein Pilz ist zu viel. Der Pilz liegt doch. Wir freuen. Äh, ich mach mal die Zwiebelsuppe. Wollen wir Teller? Äh, hier ist er. Hier, steht die Suppe. Hier. Nimm die letzte Zwiebel. Liegt sogar eine Tomate neben. Mach mal die Suppe. Mach schon. Hab sie. Hier kommen dreckige Teller zurück. Nochmal eine Tomatensuppe. Ah, da oben. Eine ist fertig. Fertig. Wie viele Tomaten brauchen wir noch? Keine mehr. Schön, dass wir... Wird gemacht. Oh, fuck. Dreckige Teller. Suppe ist fällig. Ja. Teller werden gemacht. Hier. Autsch. Und die Musik wird immer epischer. Ey, meinst du, dass wir die Tomaten so viel noch rauskriegen? Ja. Wir haben ja auch schon eine neue. Hier ist noch ein Teller. Komm, 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 komm. Nach wohin renn ich? Ich war stelle ab. Die Wege sind halt nicht kurz gerade. Hier liegen so viele Pilsen rum. Ja, ja, komm. 110 Punkte waren es oder so. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Mit Tomatensuppe. Rest habe ich schon aufgegeben. Rest hast du schon aufgegeben. Sehr gut. Ich warte auf die Suppe hier. Wie ist draußen? Pilze? Hier liegen so viele Pilze rum, Junge. Das ist kein Teller mehr. Keine Chance. Teller waschen! Zum Feierabend müssen die Teller gewaschen sein. Schwierig hier. Bei 110 haben wir. Ja, das ist leicht. Für das, was wir im Dunkeln gekocht haben, war es gut. Da war es echt gut. So, ab nach 4, 3. Wir sind ein eingespieltes Team bei sowas. Wollen wir da hin, ist die Frage. Hm? Wollen wir hier hin, ist die Frage. Ei, ei, ei. 120 Punkte brauchen wir. Okay. Was brauchen wir? Burger. Nein, auf jeden Fall. Gibt es hier kein Brettchen? Gibt es nur ein Brettchen? Alter! Ein fucking Brettchen? Ich habe zwei von. Ich mache schon mal Salat fertig. Ich hole dir auch das nächste Paddy. Wir sind beide oben. Geh hinten lang. Geh hinten lang. Wo hinten? Ach, da kommt man irgendwo. Eee, warte. Echt jetzt? Was soll der Scheiß? Mach schon mal Tomaten. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder Fleisch. Fleisch ist bei dir da. Du musst mir das angehen. Ich habe kein Fleisch mehr. Da oben ist es links. Ach. Und wo haben wir nur ein Schneidebrettchen? Was auch noch wandert. Ich habe hier Fleisch. Ah, Fleisch, 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 Fleisch. Fleisch. Einer mit Salat. Nur. Ich wasche mir mal einen Teller ab. Alter. So, weg damit. So. No, come on. Eee, ich kann mal kurz. Ja, und die Level sind alle so, glaube ich. Eee, das ist doch nur Kacke. So, der Burger wäre fertig. Den werden wir auch gleich rausbringen. Eee, ohne Scheiß. Ja, würde ich ja gerne. Eee, uns geht halt ein Gericht nach dem anderen Flöten. Läuft super. Ja, das läuft super. Eee. Einfach mal wieder was abzugeben, habe ich jetzt nur Fleisch und Burger abgegeben. Ja. Das ist bei mir auch gerade. Nimm mal, komm. Hä? Das ist noch nicht ganz fällig. Wow. Höhen über 100. 120. Wenn das jetzt drei Sterne ist, dann glaube ich es aber. Dein Gericht läuft noch ab. Ne, das läuft nicht mehr ab. Ah. Das wird knapp. Nicht abgelaufen. Eee. Uh, Freunde. Eee, drei Sterne. Wir haben nur 110 gebraucht, oder was? Alter. Ja, okay. Wir haben noch eine halbe Minute, aber hey, ist egal. Die anderen waren auch länger. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, als Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns was in die Kommentare, wie euch die Eskalation hier immer gefällt. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen Tschau und Tschüss. Bis zum nächsten Folge. Tschau. Tschau.